Es wird mal wieder Zeit für einen geilen Spot am Windenbach für Goldköder. Goldköder heißt also sowas wie Muscheln, Krebse und alles was man sonst so fängt ist auch ganz nice. Also ab hier auf 86102. Oh, wir sind mal wieder direkt hinter der Insel, gerade hier nur auf 7 Meter geklippt. Und ja, wie komme ich da drauf, dass hier was geht? Keine Ahnung, hier wurde gerade ein Don gefangen als Wochenrekord. Die Muschel, die wollte nicht. Und da habe ich so ein freundliches GZ drüber geschrieben und da kam dann sowas zurück. Und ich habe mir gedacht, klar alter, testen wir doch mal. Und ich habe da nicht irgendwie angefangen. Also ich habe jetzt einmal hier auf 9 Meter. Wir können ja mal diese Kombi eben hier auf 10 Meter. Clip heißt das wahrscheinlich. Auswerfen. So, und dann haben wir jetzt hier die Chance auf verschiedenste Fischis. Ja, neben der Chance natürlich auf den Don, die hat man ja immer oder auch immer nicht, haben wir hier jede Menge Muscheln. Haseln habe ich vorhin bei 120 getestet. Da sollen die Haseln gehen. Sind auch gerade direkt reingegangen. Dann wurde es aber schon Abend. Und da habe ich gedacht, komm alter, teste doch mal direkt hier auf die Brocken. Ja, und das sieht auch schon gar nicht so schlecht aus. Für die kurze Zeit hier schon 6 Muscheln und einen Flusskrebs. Also das kann ich durchaus sehen lassen. Dann könnte man die Kaulbarsche hier auch noch verhackstücken. und die Barsche und macht hier richtig gut große Köder, top Köder, um dann damit vielleicht sogar noch wieder an die Achtuber zu gehen und dort auf Stör und Co. zu angeln. Stör und Co. hatte ich auch schon auf dem Schirm. Das will ich auf jeden Fall auch noch testen. Mal gucken, ob ich das vielleicht für morgen fürs Video dann mache. Wäre halt auch nochmal eine Option. Jetzt gucke ich gerade mal, hatte ich das noch? Genau, auf 101, 57, 21 Meter an die Schilfspitze. Da hatte gerade eben nach dem Stream der Leitwolf, der hatte mir geschrieben, Alden hier, und schon wieder raus die Muschel. Ich muss mir aufpassen. Der hatte geschrieben, Alden hier, da geht der, was hat er denn gefangen? Stör wollte er, glaube ich, aber Scherk ist, glaube ich, reingeballert. Wenn mich nicht alles täuscht, muss ich gleich mal gucken. Genau, tatsächlich der Scherk. Zwei Stück hat er sich hier schon weggesnackt. Krebsschwanz, sehr, sehr schön. Ja, und die Brocken, die sollen dann, wie gesagt, auf 101, 57 gehen. 21 Meter geklippt an die Schilfspitze. Standard Stör-PVA teste ich gerne morgen mal, bin ich gespannt. Flusskrebse sind auch hier oben gut reingegangen. Also hier im Bereich von 120 kann man das natürlich auch ganz gut machen. Also auch das wäre eine Option. Ja, und ansonsten heißt es dann hier jetzt wieder, auf die Nacht warten und gucken, was geht. Vom Setup her bin ich, wie immer, hier sehr, sehr oder recht fein aufgebaut. Man kann hier noch feiner hin, zum Beispiel mit Micro-Braid. Ich habe diesmal hier das Vorfachsmaterial gewählt, aber eben eine andere Möglichkeit. Wir können das ja mal hier mal eben rausziehen und kurz anders umbauen. Eine immer richtig gute Möglichkeit, um halt am Windenbach erfolgreich zu angeln, ist Micro-Braid. Das lassen wir so ohne Vorfach, 18er Haken, Mistwurm. Gib ihm und raus damit. So. Den Untergrund hier an der Stelle habe ich auch getestet. Es ist sandiger Untergrund. Zumindest so im Bereich hier auf dieser Seite. Das hatte ich ja vor einigen Wochen schon mal getestet. Hier auf der rechten Seite ist eher steiniger Untergrund. Das heißt, wir haben hier zweierlei Bereiche. Wenn man das von hier aus jetzt betrachtet, da wo jetzt die Schatten sind. Also hier in dem Bereich ist dann schon steiniger Untergrund. Da müsste man die Bleifarbe vielleicht ein bisschen ändern, um hier noch vorsichtiger unterwegs zu sein. Ja, im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist es das aber dann auch schon. Das ist der Spot. So sieht es aus. Viele gute Köder. Ich ziehe jetzt hier noch entspannt weiter durch. Gerade erst umgerüstet habe ich die Köcherfliegenlarve. Sollte als Köder auch funktionieren. Regenwurm würde ich auf jeden Fall testen. Also Regenwurm, Köcherfliegenlarve, Mistwurm. Ich glaube, das sind so die drei wichtigsten Köder hier fürs Plumpsangeln, fürs Grundangeln auf die Goldköder. Ich hoffe, es hat geholfen. Petri, Daumen da lassen für den Kanal. Hilft mir mega. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags, 19 Uhr. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.